Oh, das ist heiß! Das ist heiß! Hallo Freunde! Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum Hübi Charity Stream 2017! Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen! Hallo Justin, du hast gar nicht zum Fick 100 Euro unter... Eskalation! Fysis! Hier passieren Dinge! Und jetzt, Freunde... Backpfeife, du hast gar nicht wirklich 100 Euro rausgehauen, oder? Und äh... Backpfeife, 100, Justin... So kann man mal anfangen! Gleich haben alle Kinder nen Bugatti! Halt! Jetzt noch mal einen Drauf-Experts... Ein Clan, falls jemand von euch gekommen ist... Muss ich eigentlich noch was sagen? Ich dachte mir so, das kann ich dann da unten reinmachen... Da haut Backpfeife einfach nochmal 100 raus! Hike, Alter! Das ist mein bester Kumpel, der gerade gespendet hat! Hike, wenn du Bock hast, komm nachher vorbei, dann besaufen wir uns! Alter! Holy Shit, Freunde, ich seh schon wieder was! Alter! Ich werde bei Smash Football sehr schnell, sehr emotional, nur dass ihr Bescheid wisst! Ich habe rein aus Emotionen gehandelt! Nein! Was geschieht hier? Was passiert hier? Was... Nein! Das ist es, oder? Na? Du Sohn! Bitte schaut euch jetzt meinen Torwart an! Oh! Oh! Übrigens, hinter mir ist der Ball! Weil ich jetzt auch nur so Waldorf-Schüler im Tor hab! Wie soll denn da dann was draus werden? Junge! Alu Akbar! Team Donkey Kong kommt nicht zum Schuss! Yoshi tanzt auf dem Ball... Wie eine... Nein, das sag ich jetzt nicht! Was macht denn die Updater? Gestern zu viel Koks gezogen, oder was? Okay! Jetzt bin ich wieder vitaminisiert! Hehe! Alle aus dem Weg, denn wir sind... Vitaminisiert! Jetzt ist... Der Kot hier richtig am Dampfen! Mit dem Heber! Was war das? Latte! Latte! Ich hab eine ganz lange... Latte! Ich hab so einen großen Yara! Halt, ich klang ja wie so ein Schiffshorn, was in so einen Hafen einläuft! Hallo meine Freunde! Mein Name ist Tübi! Und ich habe gerade Luigi richtig hart penetriert! Wer bin ich? Ich bin der gut aussehende! Ich bin das Phantom aus der Oper! Das gerade... Vario richtig... Gibt's mir Dorgi! Gibt's mir Dorgi! Gibt's mir Dorgi! Gibt's mir Dorgi! Schmiederlatte! Ich hab Latte gesagt! Puh! Es langweilt mich der ganze Scheiß hier! Puh! Ja, Mann! Fühlt ihr's! Fühlt ihr's, Freunde! Aua! Dein Greenscreen! Erstmal ins Bein grabschen! Sexuelle Belästigung! Lalalala! 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 Aua! Das war mein Handy! Wow! 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 Ah! Puh! Nein! Ist jemand von euch Butter unter Nutella? Ja, ich! Oh, lol! Moment mal! Wenn der Sound kommt... Da! Soos! Ja! Na, Leute! Folgt ihr mir eigentlich schon auf Instagram! 1 Euro ist in Indien 48 Euro? Alles mal 48! Wenn du hier eine Kuh hast, hast du in Indien 48 Kuh! Finde ich witzig! Feuer Stachis hat gesagt in seinem Stream für Indien, dass 1 Euro in Indien 48 Geld ist! Hübi hat in Mario Kart 2 linke Reifen! Wenn jetzt aber, sagen wir mal, ein Mann nicht gut im Bett ist, hat er dann 2 linke Hoden? Find ich das witzig, oder? Hübi, den hast du jetzt nicht gebracht! Ne, du bist ja so blöd! Ich könnte auch klug sein! Aber... Ab und zu will ich's halt nicht! Ja, ja! Wahrscheinlich! Bist du Domtendos Bruder oder sogar sein Vater? Äh, ich bin sein Psoos Onkel! Sass! Oh! Oh! Tja! Guten Morgen! Mein Name ist Hübi, ich bitte ihn jetzt auch wach! Die folgenden Audio-Probleme lagen an Hübi und nicht an mir! Bruder, was machst du hier? Okay, Freunde, wir haben eine unerwartete Unterbrechung! Da bist du! Hallo Leute! Folgt mir alle auf Instagram! Das ist übrigens der High, falls ich ihn noch nicht vorgestellt habe! Die Qualität! Halt die Fresse! Die Qualität ist krass! Ist das eins von den Kindern, für das du spendest? Spricht man eigentlich Hygi oder Hoegi? You're saying it wrong! It's... Hygi-Sass! Wie heißt dein Kollege auf Insta schreibt jemand? H-X-Y-K-K Folgt mir auf Instagram! Oh! Jemand hat 2545 Euro gespendet! Was ist da denn? Soos! Junge, der hat seinen Kopf in der Mikrowelle! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eier! Erstmal filmen! Nein, aber... Ne, das ist... Du bist Schübi. Egal, wo du bist, erst mal die Blockcam aus dem Papi. Also irgendwie sieht Hyg aus wie ein bekannter Schauspieler, den ich aber gerade nicht zuordnen kann. Brad Pitt. Bruder 1 zu 1. Parking vor der Tiefgarage, Schlüssel an dem Portier. Du Missgeburt, das ist kein Eis, das ist ein Sorbet. Genau, da ist der Typ vorhin vergast worden. Der Vergaser war super. Es war atemberaubend. Oh, come on. Alter, wichst der da gerade. Junge. Oh, what the... Junge. Alter, es ist euer Scheißernst. Die spannendste Stelle bei dem Typ, der über die Leichen gefappt hat. Lock, lock, lock. Die Diebstmote. Oh ja. Der Loch ist los. Alter. Du bist trickst, ey. Wie ich das denn machen soll. Wie kann man nur so... Du musst immer direkt drauf landen. Ach so. Ja. Trinkst du Wodka? Kommt gelegentlich mal vor. Trie Paloski, Trie Paloski, Trie Paloski. Arbastusovkie. Adidas Krossovki. Trie Paloski. Trie Paloski. Ja, Mann. Junge, du hast keine Sterne. Und jetzt hast du auch noch keine Münzen Ja, Mann Ja, Mann Wiedersehen Manchmal wünsche ich mir so, dass es auch so ein drittes Geschlecht gibt Zwischen Mann und Frau Und das wäre ich dann gerne Ich werde mir mal eben einen Smoothie holen Und da ist drin Apfel, Acarola, Mango, Banane Gucci, Jutsu und Kurkuma Guckt ihr das Beine aus dem Fenster Video an Da ist er Die gute Mew Hashtag Beine aus dem Fenster Okay, wisst ihr was, Hass? Scheißen wir auf Odyssee Herzlich Willkommen zur Beine aus dem Fenster Challenge Diese Challenge besteht daraus In kurzer Hose die nackten Beine im Winter aus dem Fenster zu hängen Ich werde das Ganze jetzt 5 Minuten und 10 Sekunden lang machen Junge, ist das arschkalt Warum mache ich das eigentlich? Ist das dumm? Ist das so dumm? Wer von euch schlingeln, hat das schon neben einem freshen, leuchtenden Weihnachtsmann gemacht? Mir tropft es auf den Kopf Interessant Kennst du das, wenn dein Sippy so auf 2 cm zusammenschrumpft? So kalt Schrei mal was raus Ich hab fast 3000 Euro gesammelt Du musst schreien, nicht reden Du kannst auch deine Friste halten Aber ohne Witz Das hat noch nie jemand so krass mit dem Bluetooth-Headset gemacht Alter, ich spür meine Waden nicht mehr Mal gucken, welcher Nintendo-Gutuber noch die Eier hat, das zu machen Oben auf dem i sollte jetzt hoffentlich eine Umfrage stehen Wo ihr abstimmen könnt, was wir als nächstes durchbüllern sollen Safe 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 Diagnose Autismus Ich fahre hinter einem Italiener her Ich bewerfe ihn mit Pizza Die mit Scheiße belegt ist Hehe Zu Zisch Zisch Ha Ich bin vor Sandra Mein Gott, bist du schlecht Holy Shit, hier kann man nur so schlecht sein, Sandra Und dabei endet das Renn halt einfach mal auf Platz 3 Relativ entspannt eigentlich Wo war Sandra? Bestimmt irgendwo ganz weit hinten Relativ safe Sechster Ja, ist halt schon ein bisschen traurig, ne? Richtig dumm gespielt Aber Hauptsache Sandra einfach noch mal eine Rote reindrücken Weil Sandra ist halt nicht so gut Schade Sandra Wieder hinter mir Dumm gelaufen, aber Macht nix Macht ihr nix draus Ich bin einfach mal 8er geworden Das ist richtig räudig Aber ich bin natürlich vor Sandra Weil sie einfach nicht so gut ist Julian, ich lese mir kurz deine Chatnachricht vor Bei 200 ccm brauchst du halt Skill Und den hat Hubi nicht Jetzt guck mir gemeinsam mal auf die Platzierung, auf der ich bin Oh, ich bin erster Ärgerliche Momente Julian Vielleicht solltest du noch mal ein bisschen nachdenken Bevor du dumme Chatnachrichten schreibst Wir zocken Just Dance, meine Freunde Weil ich fühl's richtig, Freunde Tanz alleine in Parzatanz in meinem Zimmer Wie traurig ist das? Sex tanzen Und was war der Sex tanzen? Das ist einfach scheiße Was ist das denn, Dicke? Ich hätte nie gedacht, dass Marikal7 nochmal so viel Spaß machen kann Ohne Scheiß Danke für dieses freshe Tanuki-Blatt Damit kann ich mir nämlich den fünften Platz sichern Halt doch, Small Ich hätte nie gedacht, dass Marikal7 nochmal so viel Spaß machen kann Ohne Scheiß Hey, was sagst du mir? Was sagst du mir? Ich wär richtig gut Ja, halt's mal Ach, das ist einfach nur Feierabend, was hier passiert Das ist einfach nur schlecht Oh, da ist Hubi vor mir Erst meinen roten Panzer abfeuern Aber Und jetzt den roten Panzer Wer Zum Fick Feuert Rote Panzer Nach hinten Macht richtig Spaß mit euch Mario Kart 7 zu spielen Nee, ist cool Nee, das macht Spaß, das ist cool Ja, Mann Das ist so cool Es macht so Spaß mit euch zu spielen Ich bin gerade so hart konzentriert Dass ich Ja, ich bin richtig hart konzentriert Nee, nee, ich bin hart konzentriert, merkt ihr's? Ich bin so knapp am Platz 1 Ja, ja, richtig Ich bin richtig Richtig knapp am Platz 1 Ich bin halt so gut Da kann mich auch so eine Blaue nicht mehr schocken Ich war gerade so kurz davor Diesen Raum zu verlassen Und nie wieder zu kommen Der Smoothie Riecht ein bisschen nach Scheiße Aua Junge, wer auch immer da vorne ist Wir schon wieder Die grünen Panzer nach hinten wirft Weil er doch ganz genau weiß, dass ich das Sieben Spieler gegen mich Ja Ja, Mann Ja Ich bin mal eben noch auf der Toilette Ich muss alle meine menschlichen Bedürfnisse mal kurz pflegen So ist richtig Hallo, mein Name ist Tübi und ich esse viel Zaz De 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 No, 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 no Viele Grüße gehen raus an Evas Mom Ja, ja Scrap Scre Cut, cut Boom Two plus two is four Minus one, that's three quick maths Der Dingle skrrr Pupupupka Skibbidi pupup And boom 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 Skrrr Go do go go do Nice one Odyssey Odyssey Don't be afraid to get up Buh Gucchi Gang 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 It's the final countdown I don't know We all miss us Eva du bist Hammer und Ronja Lisa Ihr seid auch Hammer Ihr seid alle Hammer Einfach dadurch dass man Von etwas Jetzt halt mal die Fresse Das ist mehr als nur ein Youtube Kanal Das ist eine Familie Das ist so Haut rein euer Hübis oops Das ist Ihr seid Das ist Boop noo, Rock noo, Usnao, O-Tack the girl name as well. Boom! Boom!